Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Russlands Präsident Putin kommt nach Berlin. Wir müssen handeln. Regierung beschließt Atommüllgesetz. Und wir dürfen schmökern. Asterix erobert nochmal Rom. Bundeskanzlerin Angela Merkel kriegt am Abend wichtigen Besuch. Gleich drei Präsidenten kommen zu ihr ins Kanzleramt. Russlands Präsident Putin, Frankreichs Präsident Hollande und der Präsident der Ukraine Poroschenko. Es muss also wirklich wichtig sein. Und das ist es auch. Reden wollen die vier Spitzenpolitiker über die andauernden Kämpfe in der Ukraine und in Syrien. Ob dabei allerdings was herauskommen wird? Markus Pindur ist da eher skeptisch. Der russische Präsident Putin führt derzeit zwei Kriege. Einen in der Ukraine und einen in Syrien. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Hollande wollen Putin dazu bewegen, mit beiden Kriegen aufzuhören. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil Putin sich nicht an internationale Regeln hält. Er ist der Ansicht, dass er den russischen Einfluss in der Welt vergrößern muss. Und das auch mit Krieg. Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande haben mehrfach gesagt, dass Putin in Syrien schwere Menschenrechtsverletzungen begeht. Die russische Luftwaffe bombardiert Krankenhäuser und Hilfskonvois der Vereinten Nationen. Deshalb fliehen viele Syrer mit ihren Familien nach Deutschland. Auch in der Ukraine kämpfen trotz eines Abkommens russische Soldaten. Wie man Putin davon abhalten kann, ist aber nicht klar. Man könnte ihn unter Druck setzen, indem man Russland bestimmte Waren nicht mehr verkauft. Das nennt man Sanktionen. Aber dafür müssten sich alle Europäer einig sein. Und das sind sie zurzeit nicht.